klein hör auf so zu schreien das ist nicht männlich hey du bist gerade unten gewesen hallo du bist gerade unten gewesen oh mein gott du bist von der kuh verfolgt pass auf die kuh will nicht schmecken die will nicht so milka schokolade machen nein die milka kuh wir werden alle sterben und pass auf die musik die kuh meine ich die kuh ist direkt auf die fersen du hast eine armenbrust schießt der kuh über den kopf oder gehen ein haus rein und schießt die tür ab haben eine idee diesmal wie gut spinnen oh mein gott die muss direkt es gibt zwei kühe nicht weglaufen die kuh ist direkt vor dir geht zurück nein verschwinde von ihr du bist oder ich werde dich mit erschlagen bei den göttern was soll das was 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 kleines werwolf die morg schon wieder elf und fickt das scheiße das wollt ihr mein popo essen was für ein affentheater oh gott king kong kann ich auch ja 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 king kong oh melzers ah die schee unter melzers da kein wunder dass sie so kaputt sind und so böse und so kleidung tragen wie melzers irgendwie gleiche verleidung nur nicht im blau ja die vision kann zu ende sein aha danke nein klein ich mochte ihn doch weil der jäger ist mag jäger ein kleines kind schläft hinter einer könnte dann warst du der schalter verrostet war doch da waren wieder jetzt auf essen los den essen wir ja klar ich gehe rein war was macht ihr warum springt ihr den jungen rein und ach so die gehen die träume oder ich wollte noch ein hallo das ist kleiner junge da kommt noch 50 stück dann ist alles ok ah keiner mehr er hat sogar weggegangen warum ist jetzt wieder weggegangen kann ich gehen nein natürlich nicht hallo ja reden wir haben ein traum mit bald wirklichkeit alle wurden wirklichkeit das waren ja meistens du musst mir helfen bitte nötiges solche machen bitte ich habe gesagt halt maul da das stadt stadt fix eine kopfluss voll den magen jetzt kotz du erst mal so außer gefecht gesetzt hallo wo ist mein komitee ich habe hier leute gerettet und so sogar den alten wendel oder wie auch immer heißt ich habe dir gerettet der komischen die welt vielen dank auch das glaube du uns im bild werden nein hoffentlich nicht ich will nichts von dir wissen ich will von euch gar nichts wissen ich gehe jetzt hier rein und leg mich schlafen blumenstrauß oder eine waffe lunderte besorgt das ist gut ich weiß du bist müde aber du sollst dazu alle abschied nehmen ja klar ich weiß das ist gut ich habe die nicht gekannt ich habe mich mal ein wort mit den gewechselt aber es waren gute menschen es gab es gute menschen waren jetzt habe ich du hast ein blumenstrauß geschmiedet dann ist komisch wie die blumen für olen mein freund oder olen machte blumen immer gern er konnte an keiner rosa vorbeigehen ohne daran zu riechen vielleicht war doch drogen sich ich habe klebstoff gebrochen aber es gibt gerüchte über eine wilde kreatur die in der die riechen gut da hat ja schön ich glaube ich gehen so speichern wir n und dann dort 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 was ist auch sehen eigentlich muss man über dem Ort oder das machen zwar so was man soll der umgekehr so oben links an der ecke da dieses buch da da auf der anderen seite des raumes dass wir so ein buch sind überall in jedem raum oder sonst worum denn da ich habe dir auch was geschmiedet bitteschön bitteschön was was bist du denn alter iron man oder was wo ist eigentlich septemus prime der belegung ist mir gesagt ich hätte raden nerven sind überall hier friedhof aber gollum oder amt schatze ah gollum hat den weg frei gemacht wir machen den weg frei volks ein volks eisenbanken reifeisenbanken klar nur hier fehlt eins gut legen wir es hin er war ein guter mann ich kannte ihn nicht auch noch nicht die blumen feier ich habe holens grab und bete still klar der hat genommen drauf geworfen auf den grab gesprückt und will gerade weggehen erlöser 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 kommen ja zuletzt ruhe ich hätte der radik und hierher kam das ist mir zu strange ich gehe mal tschüss da schließlich wurde ruf der schicksal erlöser kam zu wollen aber sicher die grabsteine nö ich will lesen lieben man erlebt seine arbeit wissen nicht warum wer war arbeitstier war er liebte das leben erlöser kommen der hallo seien sein lächeln werden wir nicht vergessen vor allen geliebt von keinem gefürchtet doch ich habe ihn gefürchtet seine frisur oh gott muss ich das wirklich muss ich das wirklich gut über ein hallo das hätte ich machen sollen toll es geht doch noch von alleine rein ruft von los geschichten aus der gruppe erkennt diese serie noch ich weiß wie die heißt es kann man zu halloween so geschichten aus der gruppe was mit dir die die jenige die ihr leben für andere gelebt haben sollte die vergessen werden was ist hier los so wie du bist war ich einzig jetzt wirst du eins werden sei bereit mir zu folgen da ist da bist du mit den heiligen nicht nur die respekt das werde ich werde ich in die dunkelheit für denkt daran wenn ihr unsere gruppe sie sitzen dort liegen kommen wir zurück nachdem du ja wie ich ihn gesprochen hast tschüss ja geschichten aus der gruppe war aber so eine mumie hatte so ein fernseher hat ihn angeschaltet also kleiner junge der wurde verfolgt von so von so leuten halt der grüne heilige sei braun folgt mein lehrer mehr als nötig lehren wer bist du der braun alle gesagt die lehre des roten basis führt zur grünen oder so ja ist der rote eine blaue der roter gesagt bin ich so ein guter lehrer wie bruder blau du bist du der beste lehrer bin ok also ein bisschen rum probiert also ich gucke ob die wo die alle sind das aber schon ausprobiert also das war hier braun braun ist hier hinten hier so lieber braun ja blablabla und so gut aber hier rot alles war falsch oder weil hier war doch blau oder grün ach nee und hier dann halt ja und was also ich sagte lehrer des roten ist die basis für die lehre dieses grünen also es ist rote nehmen dann also die lehre des rote ist die basis für die grünen muss erst rot für grün ich bin so mit lehrer wie bruder blau ja ist mir egal also ich muss jetzt grün oder was jetzt blau also den lehren des grün heiligen trauen der braun befolgt meine lehre mehr als nötig also soll man nicht die lehren von ihm trauen und weil wir lehren nicht von ihm trauen ähm es dürfen auch nicht braun trauen denn braun ist eine lehre von grün und man soll die lehren von ihm nicht trauen hallo was ist jetzt los ok ok also da müssen wir glaube ich mit dem anfangen ich bin nicht so ein guter lehrer wie bruder blau also das ist schon mal ok also bruder blau ist dann hier man soll die lehren des heiligen dings da blau bla bla hier dann hier den also man soll dem nicht trauen ok so hier ist dann der die lehren von dem glaubt und sagt rot ist die basis für die grünen ok dann hier sagt der wo ist kopf höh ich bin der beste was ist richtig oder man fängt mit dem an ok ja dann folgt man mit dem weil blau ist ja der beste wahrscheinlich sagt der rote ist nicht so gut wie der blaue keiner ist besser als der blaue und der blaue sagt dass weil er der beste ist das grün nur scheiße erzählt und weil der braune bei dem in der lehre ist erzählt er auch nur scheiße deswegen gehe ich jetzt so rot weil rot die basis ist und so ok wie bruder blau und hat der jetzt bitte